hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge go simulator 3 sehen wir fein aus es gibt noch ein multiplayer ja ich bin offline wir spielen aber weiter na geduld ist eine tugend ja wird mir nicht immer leicht so ich weiß gar nicht wo wir stehen geblieben waren hoffe mein mikrofon hängt hier richtig es ist nämlich letztens abgestürzt es hängt ein bisschen schief achtung ich muss ein bisschen wackeln so ich hoffe man hört mich wo waren wir denn wo waren wir stehen geblieben instinkte mache einen rückwärtssalter das wahnsinnig wie es geht instinkt anpinnen weil sie auch nicht wie es geht erreiche beim kleinen eine warp geschwindigkeit sag mal das gibt das getragen so kann ich nicht mitnehmen bitte ja macht ruhig videos fotos wo waren wir stehen es war ach ja stimmt es gibt ja eine map wir sind hier wir gehen dilbos reise es gibt ja auch die polizei die mich verhaften kann ja der kommt jetzt mit der war böse zu mir wieso kommt hier was raus dann geht es doch bestimmt hier irgendwo rein hier kann ich hier rein ich kann hier rein neuer ausrüstung freigeschalten verwende f um den ring anzulegen und für alle unreinen wesen unsichtbar zu werden was zur hölle der ring muss tief in den berg in den berg entfernung gebracht werden und in den feurigen abgrund zurückgeworfen werden ok herr der ringe verstehe und wo ist das tief in dem berg entfernung ist aber jetzt nicht hier oder oh ja das tut mir leid entschuldigung entschuldigung was muss ich denn tun der ring muss tief in den in den berg entfernung wo haben wir denn hier ein berg quests und in den feurigen abgrund zurückgeworfen werden aus dem erstammt ja ok bin ich zu blind blöd warte mal echt jetzt huch nein 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 ich möchte ich möchte was hier machen was was bedeutet das denn ist da oben dieses ding angezeigt das wollte ich gar nicht das wollte ich auch nicht hm entschuldigung kann ich kann ich ok äh äh wir sind in einem berg so gesehen ist jetzt hier die feuerwehr gekommen ne oh ist tatsächlich die feuerwehr gekommen da oben leuchtet doch was an diesem kamin ja ich versteh das nicht der berg das ist der berg das berg inferno ist das vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen ach ne guck mal das ist ja gar nicht der kamin jetzt hat die feuerwehr das aber gelöscht berg entferno ja wir brennen das interessiert ich das gar nicht hm oh ok ok solange ich brenne kann ich ja alles in brand setzen Jetzt ist es wieder weg. Okay, ich schaue mich um. Es ist ja im Allgemeinen nie so weit weg. Oh, was ist denn hier los? Ja, das sieht sehr entspannt aus. Aber das ist zu weit doch weg, oder? Nee, ich will nicht Steve retten. Lass Steve nicht ertrinken. Oh, er trinkt Steve. Ich rette Steve. Ich habe Steve gerettet. Bist du Steve? Nicht Steve. Ah, okay. Ja, okay. Fische, 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 Fische. Wer ist denn Steve von euch? Hä? Steve? Fische, 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 Fische. Wer ist denn Steve von euch? Steve? Gleck? Warum, warum bin ich jetzt ein Fisch? Fisch? Ich will kein Fisch sein. Äh. Ich wusste, ich will das... Ich will das nicht machen. Na toll. Du hast ein Neuzüge gedrückt. Ah, Tab. Oh, Gott sei Dank. Oh. So, also diese Quest war direkt da, wo es auch ist. Es muss irgendwo in mir kommen. Was? Was? Das war ich da hinten nicht schuld. Okay. Ja, 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 Entschuldigung. Na, doch. Es muss doch irgendwo dann... Der Ring muss tief in das... Das Berginferno heißt es für mich. Ja, hallo. Du siehst ja süß aus. ins Berg Inferno ins Berg Inferno Ich sehe nichts Ich glaube nicht, dass das richtig ist Wo komme ich denn da wieder rauf? Es ist da, aber Was muss ich denn da tun? Muss ich noch mehr Brand machen? Muss ich alles hier Ich wackele alles ab Das ist das Was ist das Was ist das Was ist das Okay, ich verstehe es nicht. Ist mir jetzt egal. Eier knacken. Wir schwimmen jetzt auf der Insel. Wieso rutscht sie über den Boden? Ist das ein Spiegelei und ein gekochtes Ei? Ist das ein hohes Ei? Eier knacken. Das ist auch ein Ei. Neues Event. Eier knacken. Null von zwölf Eiern geknackt. Null von zwölf Eier knacken. Wut? Nutzt die Radohren, um ein Dutzend versteckte Eier zu finden und zu knacken. Ach, du arigar. Huh? Okay. Huh? 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 Okay. Okay. Huh? Okay. Gehen die auch in eine andere Richtung? Hä? Huh? 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 Na? Huh? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wo sind denn diese Eier? Nur hier oder sind die auch noch woanders? Zeigt ihr mir die Richtung? Ich mach das jetzt einfach mal. Ich mach das jetzt einfach mal. Ja, Entschuldigung, ich teste noch was. Ich höre was. Komm ich nach rauf. Okay. Eine Bananenfabrik. Nein, ich bin nicht tot. Es wird immer lauter. Ah, das ist überhaupt nicht nervig. Wie ist das? Das ist geil. Das ist egal. kann ich hier nicht drauf das ist eine leiter ja da ist tatsächlich ein aber wie komme ich darüber was ist passiert sattelschleuder objekte zu schlucken und den eier zu verwandeln stand da ja jetzt habe ich ein ei aber ich will das nicht mehr an was los zählt das ok wir machen das jetzt seine damit dieses gefiepsel hier ein ende hat wo bin ich ja eigentlich auch schon im fremden gebiet wie wir wie wir wie 3 von 12 Oh Gott Oh mein Gott Was ist mit euch hier los? Warum leuchtet ihr? Was? Und wo sind meine Hasenohren? Mach den Scheißer jetzt erst zu Ende hier Ja Ja Hätte ich ja mal zu Ostern spielen können, ne? Hey Steve Was ist das? Gewesen Nee, können wir jetzt nicht Ui, was ist hier los? Oh, unterwegs sind wir natürlich Ja Das ist noch nicht Ja Ja Das ist schon eine Ziege Oh Oh, ist das denn? Gummihahn Um Gottes Willen, nein Um Gottes Willen, nein Um Gottes Willen, nein Wieso? Wieso sind wir so hässlich? Ach du Heiliger Okay Okay Äh Kopf Ja Noch nicht Oh Gott Oh Gott Das können wir anlassen Um Gottes Willen Oh, das ist ja noch schlimmer Oh, das ist ja noch schlimmer Oh Gott Das Hütchen ist süß Auch wenn's nervt Okay Nein Nein Wir Hubsen Nein 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 Wie krieg ich das weg? Gottes Willen Hier, Alter Kiel So Komm Das sind die Füße Ja, wer weiß, wo wir hinlaufen Warum rennt sie auf ihrem Hintern? Geht ab Ja, da ist was Wieso? Was? Oh, ja Oh mein Gott Denk ich auch Ja, ich hab das gesehen Äh Kopf Hase Ja Ich geh wieder auf Wo geht's denn jetzt hin? Was sind wir eigentlich? Mitten im neuen Gebiet Wo wir wahrscheinlich noch gar nicht hin müssen Aber So lernen wir das ja auch mal alles kennen Doch, wie süß Nein, okay Ich lass hier in Ruhe Ja, wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn, wo ist es denn, hier? Oh Gott Oh, ist das ein Kleid? Ja, sehen wir süß aus Aber ich brauche meine schönen, tollen Glücklingsohren So ist ja gar nichts passiert Ja, ist überhaupt nichts passiert. Hallo. Was ist hier los? Oh ja, das ist süß. Oh, 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 oh. Hallo, geh mal da rauf. Geh mal. Okay. Jetzt natürlich auch mal überall ganz nach oben. Ja, 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 und gleich. Nein. Geh mal da rauf. Was haben wir bekommen? 10.30 für Schluss. Ihhh, was ist das denn? Bäh. Okay. Okay. Sind wir eine Bergziege. Juhu! 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 Oh, was ist das? Juhu! Ein Altar. Was war da nochmal? Eher ein bisschen aufnehmen. Juhu! 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 Ich konnte ja auch Dinge tun, ne? the paus types in the pfels Weil mit diesen Punkten kann ich doch irgendwas tun. Ah, wir machen die Häschen. Eierausuche. Hallo, hier raus. Das finde ich cool. Ja, ist gut. Ich tue dir nichts. Ich bin jetzt mal ganz nett. Halt, hier, hier, ich höre doch, ah. Da habe ich auch schon eine von übersehen. Hallo. Was ist denn los? Jetzt hängst du an der Platte. Wieso das? Wofür? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Uh. Ja, komm, alles gut. Ich will es ja nicht beschwören, aber es ist schon lange nicht mehr, äh, das Spiel ist überhaupt noch nicht abgestürzt. Ah, ich bin eine Schildkröte. Was ist da hinten? Was ist da hinten denn für eine Statue? Da, seht ihr es? Da haben wir meine Ohren. Muss ich in die Richtung? Ich geh mal in die Richtung. ist das eine Kanone? Kann ich damit geschossen werden? Oh, das ist ja schlimm, das ist ja wie mit einem Eichhörnchen. Siehst du das eine, siehst du das andere und... Ich möchte, ich möchte, Ursa, da. Oh, hi. Tut mir leid. Ich bin tief geschossen. Ich möchte es nach links, aber ich möchte... Ja, ist alles gut. Ich mache nichts. Ich benehme mich. Hä, wo muss ich denn hin? Nee, die machen wir nicht, die Quest. Wir haben ja Eier zu suchen. Da. Okay. So komme ich dann... Achso. Ja, wir sind eine Glipsch... Schildkröte. Okay. Ich brauche aber meinen Kopf wieder. Die Richtung. Ja, einmal erst ums Eck. Was haben die denn? Haben die noch nie noch schildkröten Ziegel gesehen? Sag mal. Was ist denn hier irgendwas dran? Oh. Hm. Okay, jetzt tut mir leid. War keine Absicht. Hätten es nicht auch irgendwie so vier, fünf Eier sein können? Oh, ein ansames Ei mit Angel- und Strohhut. Oh. Moment, kann ich das essen? Vielleicht ist es nicht auch irgendwie... Nee, Moment. Nee, ging das nicht? Was war das? Ich bin grün, hab einen Ziegenanzug an, Osterhasenohren und bin irgendwie auch eine Schildkröte. Was soll das denn? Ich hab einen Doppelsprung mit... Wie heißt die? Ninja... 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 Ich hab einen Doppelsprung, endlich. Äh, wie komm ich denn da? Muss der rein? Die... Hä? Uh. Okay. Okay. Ihr sollt mich auch ver... Sollt ihr auch mal verhaftet werden? Oh, oh, okay. War das jetzt verhaftet werden? Wir kommen ihn da hoch. Ups. Ja. Ich muss den hin. Ups. Das ist das Ungewisse hier. Oh, da ist einer. Leider. Hä, war ich hier nicht? Achso, hier muss ich auch nicht hin. Ah. Hä, warum macht sie denn mal das mal? Wieso macht sie denn jetzt einen Froschsprung? Was ist denn? Was denn jetzt? Touristenshirt. Hat da gerade irgendwas geleuchtet? Entschuldigung. Jetzt bin ich eben so hoch. Oh, wie weit denn noch? Ach so. Ja. Hier. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott, das wird... Nein, ich wollte da nicht... Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist denn hier noch so feines Essen? Oh, guck mal. Das ist doch fein. Hier, irgendwo? Nein, 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 nein. Oh Gott. Hallo. Ja, geh doch mal da hoch. Tschüss, tschüss, bitte da hoch. Oh Gott. Hier? Nee, da geh ich nicht noch mal dran. Ja, hier ist es nicht, aber hier könnte ja auch irgendwas anderes stehen. Nee, okay. Da oben drauf? Hä? Was? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Mann. Ziegen-Trauma. Ich hab Eierscheinschuhe. Oh, wie viele denn noch? Oh. 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 Um dich in ein Ei zu... Ich bin dein Ei. La, 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 la. Kann ich mich kochen? Ich will ein gekochtes Ei sein. Nein? Okay. Kann ich mich bitte wieder... Hallo? Rückverwandeln? Okay. Ich muss schlüpfen. Nein, ich bin nicht tot. Hallo, Polizei. Es hilft viel zu sein. Diese Eiweißchallenfüße. Noch eins. Oh mein Gott. Noch eins. Oh. 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 Ich seh dich. Oh, ich hätte runtergekommen. Oh, Halleluja. Was ist jetzt passiert? Oh, das ist cool. Yeah. Das ist cool. Ich bin ein Mieschen. Oh, nein, ich wollte... Ich dachte, ich kann das so machen. So. Ich bin ein Weg, um das größte Ei auf der Osterinsel zu öffnen. Oh, um Gottes Willen. Okay, wo ist das? Das da? Ja, es ist weit weg. Oh, ich kann das ab da machen. Das ist ja cool. Ich fliege auf einem Regenbogen. Yeah. Ja, gut. Oh, zu oft gedrückt. Ich weiß nicht, was schneller ist, ne? 999 Meter und mehr. Ich mach' Sternchen. Das ist ja noch irgendwas Interessantes zum Mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Feuerchen. Das ist doch ein Berg, ne? Ich suche mal noch... Oh, da geh' ich aber mal eben rein. Oh. Ah, ich muss niesen. Ah. Wenn ich niesen... Ist das vielleicht das Bergentferno? Sägemühle? Ich... Sind die ja dran, oder? Huch, nein. Ich hab schon wieder bei den Knopf gedrückt. Ich muss mal ein bisschen Überblick haben, hier. Diese Schuhe, ne? Da kann ich hoch. Check, 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 check. Nein. Diese Schuhe müssen weg. Hüße. 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 Schildgrün... Ach, damit konnte ich auch springen, ne? Ich nehm' trotzdem. Ja, die machen nur... Chuk, 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 chuk. Es ist auch ein hoher Berg. Was? Oh Gott. Ja, ist ja gut. Ich will ja gar nichts von dir. Ich höre wieder mal... So, guck mal. Ah, die haben alle Hüge auf. Ah. Ich suche immer noch einen hohen Berg, wo es dran lodert. Oh, ist das weit. Wieso habe ich meinen Nian-Pad nicht mehr? Hä? Da ist es jetzt... Okay, ich verstehe es nicht, wann es kommt und wann es nicht kommt. Du, 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 du. Sieht aus wie... wie... ein Hulk oder so. Wie Hulk als Ziege. Okay, irgendwann ist wohl vorbei. Geh' zu den Oster-Intern. Ah, die Meterzahl ist endlich mal. Missing Person. Hermann Roshi. Okay. Wenn ich ihn sehe, dann... sag' ich Bescheid. Ja, ist ja gut. Wieso hat er eigentlich immer noch... hat die Maske nicht mehr auf, aber immer noch die bling-blingen Sachen im Kumpel. Was? Was passiert hier? Was ist da oben los? Ist das das Berginferno? Oh, 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 oh. Es ist auch ein Oster-Intern. Okay. Du, 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 du. Ich bin da entdeckt, um das größte Alte-Insel zu öffnen. Na, okay. Ich bin hier. Na. Ich bin da, ich bin. Hm. Wie denn? Oh. Na. Geh' da, oh. Oh, okay. Muss ich jetzt alle nacheinander anspringen? Oh Gott. Okay. Ein Löffel. Bitte sag mir jetzt nicht. Such den Löffel am anderen Ende der Welt. Nein, komm, du triffst den jetzt, ne? Tuck, tuck. Ist da ein Piep-Piep drin? Ein Piep-Piep. Nee, okay. Okay. Ach, da war Süßkram drin. Aber wo sind diese anderen Dinger her? Schurken-Gilde. Ich hab wieder mein Bunny-Dings auf. Nicht fliegen? Ein bisschen. Sieh, das ist falsch. Das ist aber falsch. Ein Bunny-Kopf auf einem Straußenkörper. Ein Ei-Gelb. Ein Ei-Gelb. Es ist auf allen Ebenen falsch. So. Osterinseln haben wir jetzt gemacht, ne? Häkchen ist fertig. Ach, okay. So. Ja. Den krieg ich irgendwie nicht hin. Hausfriedensbruch. Der Boden ist Lava. Ach, nee, warte mal. Das sind diese Minispiel-Dinger, ne? Ist da gerade irgendwas? Ziegenturm. Ich möchte zum Ziegenturm. Ist das sehr weit weg? Oh, wow. Okay. Er kann viel schneller laufen. Okay. Hm. Vielleicht behalte ich ihn. Okay. Okay. Ich komm sogar bis hier oben. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Landen bitte. Oh Gott, das sieht immer so brutal aus. Gleich rein. Ist ja was so großartig drin. Ah, okay, 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 okay. Ich will in der Ziegenturm synchronisieren. Nee. Aber eben mit dem Pfer waren wir schon. Steig im Rang auf. Geh zur Ziegenburg, um Belohnung zu erhalten. Komm ich hier so rein? Okay. Ich glaub, ich find den gut. Okay. Okay. Ein Ritter. Was hat das bedeutet? Super-greasy-Speech-Shop. Da kann ich mit fahren? Aber warum? Warum hier? Wo ist denn das mit dem Ritter? Alter. Alter, warum ist denn das so laut auf einmal? Das zu. Können wir mal nochmal da oben gucken. Hier. Erfe-Interaktion. Waren die, um die Kamera zu ändern? Was? Was ist hier denn hier? Ich kann nur gucken. Kann ich irgendwas machen? Ich wackel da unten am Bildschirmrand rum. Da ist der Kerl mit der, 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 die Statue da oben, die ich... Ist das in der Nähe von mir? Nein? Kann ich nichts machen? Mein Gott, ist hier ein Gefunkel und Geblinker. Lass ihn aber noch zu. Ist nix. Mit noch höher. Okay. Was ist das? Ein Fisch! Jetzt wabbelt er da irgendwo durch die Wand. Entschuldigung, ich war gar nicht hier. Oh, ich sehe, wir sind gleich am folgenden Ende. Aber vorher schaue ich einmal, ob diese... Ne, das Shadow, die muss weiter weg sein, oder? Das Gebiet hat sich erweitert, ne? Kann ich das irgendwo erkennen, ob ihr wo diese... Da ist noch ein Schrein. Der ist nicht weit weg. Gesegnet mit mehr Instinkten. Du hast vier von sieben gefunden. So, wir gucken mal, ob wir noch ganz fix eine Sache hinkriegen. Wenn nicht, ist das die Aufgabe für... Am nächsten Mal. Guten Tag, lass dich von deinen Geschmacksknospen leiten. Drei Zutaten hinzufügen. Ja, ich hab einen Tisch hinzugefügt. Okay. Kann ich den Menschen hinzufügen? Ich kann den Menschen hinzufügen! Und mich selbst? So gut, dass es sich nicht zurückhalten lässt. Schlepp doch! Na, ach, guck mal, wie süß ich bin! Ich bin doch... Ja, mach Fotos von mir. Guck mal, wie süß ich bin! So, und... Mit diesem... Diesem Bild... werde ich euch jetzt verlassen. Mit diesem Anblick. Es hat Spaß gemacht, auch wenn die Eiersuche mit den Öhrchen ein bisschen nervig war. Hör auf mich an zu schreien. Jetzt muss ich weggehen. Ich möchte mich hier in Ruhe verabschieden können. Danke. So. Ich hoffe, ihr wollt mehr davon sehen, weil ich werde es noch ein kleines bisschen weiterspielen. Es ist so ein Schwachsinn. Und ihr wisst, glaube ich, langsam, ich stehe auf Schwachsinn. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020